Und hier haben wir eine Raupe. Und das ist nur eine Raupe. Die hat da schon ein bisschen was angefressen. Ja, finden wir das noch? Da reißen wir mal ran. Da hat sie was aufgefressen. Das ist übrigens ein Kirschblatt. Also wer Raupe mag oder so, welche Tiere überhaupt nur mag, für den ist das jetzt das Richtige, dass er sich das mal ein bisschen angucken kann. Das ist ja so, welche Tiere überhaupt nicht angucken. Also man hört schon die ganzen Vögel. Voll Natur hier draußen. Ja, da sind es national. Alles ist ja so, welche Tiere überhaupt nicht angucken. Inhaltslicht Wie ist die Sache? Einfach mal genießen, wie das Tee so aussieht. Was es so gerade macht, ein bisschen die Natur fließen lassen, am besten bei diesem schönen Wetter im Moment draußen, die Natur beobachten, was draußen erleben, irgendwas. Und dann packen wir sie mal wieder nach draußen. Oder mit dem Blatt. Gut, alle Männer an Bord, sie ist eingestiegen und jetzt können sie losfliegen in die Natur. Die sind angekommen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.